ja grüßt euch da ist wieder der jürgen servus ja heute wollte ich einmal wieder unterfränkische lektionen erteilen und zwar das wort das hat sich jemand gewünscht dass ich das erklären soll das wort schlarcher schlarcher ja was ist ein schlarcher gut ein schlarcher das ist jemand der beim laufen die füße nicht hochkriegt der mit seiner schuhe immer so auf dem boden schleift und so rüm hatscht aber jetzt erkläre ich nicht was rüm hatschen ist in diesem sinne macht's gut euer jürgen servus